Daike, du bist zu spät. Ja, die Bahn, die Bahn, um wieder zu spät. Die Bahn ist immer zu spät. Ich verstehe gar nicht, warum die überhaupt noch Geld bekommen. Das ist unglaublich. Und das Jungs war extrem schnell. Daike, du bist ja auf 180. Wie? Man Daike, du bist ja auf 180. 何me意思,你在 180 上. 意思就是说,你好生气,你很愤怒. 为什么 180? 因为在高速公路,你开快的话, 你可以开到 180 公里的速度. Wir sagen so, rasen, rasen, ist ein bisschen, ist ein bisschen, ist ein bisschen, aber wenn ich mich sehr生气, dann ist es so, weil ich mich sehr生气 ist. Wir sagen so, vor Wut rasen, vor Wut rasen, wenn ich mich sehr生气 ist, dann wird es auf 183, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. In die Zeit Zeit, das war mir, das ist ein bisschen, das ist das erste Zeit, das ist noch nie einmal viel, das ist es so schnell. Dann wird das jetzt auf 80 werden, doch jetzt wird das jetzt immer, das ist das erste Zeit. Jetzt wird das Zeit Zeit auf 180 werden. Gerade in den nächsten Monaten wird das vor noch auf 280 sein sein, dass wir jetzt auf 180 sein sein werden. sein. Mann, du bist ja auf 180. Tschüss und zum nächsten Mal.